Hallöchen! Heute möchte ich euch erklären, wie ihr euren Welpen möglichst schnell und unfallfrei oder mit möglichst wenig Unfällen stubenrein bekommen könnt. Es gibt ein paar Dinge, die man dabei beachten sollte und der Welpe möchte hier wie im letzten Video gerade mein Mikro schrotten. Und diese Dinge, die ihr beachten solltet, damit es möglichst schnell klappt mit der Stubenreinheit, die möchte ich euch heute erklären. Punkt eins ist, dass ihr unbedingt richtig gut aufpassen solltet, wenn euer Welpe geschlafen hat oder gefressen hat oder gespielt hat. Diese drei Punkte und als vierten nehme ich immer noch mit auf, wenn der Welpe gerade etwas ganz Aufregendes erlebt hat, also zum Beispiel wenn Besuch reinkommt, dann sollte man immer direkt einmal rausgehen, sofort. Und sofort meint auch nicht, erst in Ruhe die Jacke suchen, sondern wirklich den Hund nach Möglichkeit direkt hochnehmen und ohne Pause sofort unmittelbar danach raus. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir erleben nämlich immer wieder Leute, die denken, sie machen sofort, machen aber bevor sie losgehen doch noch ein, zwei Dinge zu Ende. Und das heißt eben nicht sofort. Und dann pillert der Welpe häufig schon in die Wohnung. Also wirklich sofort danach los. Dann solltet ihr schauen, dass ihr das eben auch mitbekommt, weil nur wenn man mitbekommt, dass der Welpe vielleicht bestimmte Anzeichen hat, dass er muss, dann kann man ihn auch rausbringen. Weil nicht immer, wenn der Welpe muss, hat er vielleicht gerade geschlafen, gefressen oder gespielt vorher. Deswegen könnte man sich für sich selber ein bisschen im Kopf behalten, eine kleine Regel, vielleicht so zwei bis drei Stunden und dann mal wieder rausgehen und eben den Welpen auch gut beobachten. Das ist schon so, dass man nach ein paar Tagen häufig sehen kann, dass die Welpen immer die gleichen Verhaltensmuster zeigen, wenn sie müssen. Manche Welpen laufen im Kreis oder so ein bisschen, also nicht kringeln, sondern so einen kleinen Kreis. Andere Welpen laufen vielleicht mit der Nase, schnüffelnd über den Boden. Das könnte ein Anzeichen sein. Oder aber der Welpe läuft vielleicht wirklich schon Richtung Tür. Das ist natürlich ein ganz deutliches Anzeichen. Das wäre immer etwas, was man mitbekommen sollte, denn nur wenn ihr sowas merkt, könnt ihr den Hund natürlich dann auch passend rausbringen. Das heißt, ihr seht das, ihr nehmt euren Hund vielleicht auf den Arm oder wenn ihr eine Tür direkt nach draußen habt, könnt ihr natürlich auch die Tür aufmachen und mit ihm rausgehen. Dafür ist es aber eben wichtig, dass ihr es mitbekommt und es kann helfen, dass man vielleicht den Welpen nicht in der kompletten Wohnung oder im kompletten Haus laufen lässt, sondern in den Raum mitnimmt, in dem man sich selber aufhält und vielleicht einfach die Tür zu macht, dass der Hund nicht weglaufen kann oder in einen anderen Raum laufen kann, wo man es denen gar nicht merkt, was er tut. Das wäre der erste Punkt. Und wenn euer Welpe draußen ist, dann kann es durchaus hilfreich sein, wenn ihr erstmal eine Leine dran macht. Viele Welpen finden es draußen sehr, sehr spannend und haben vielleicht gar nicht so die Zeit. Deswegen hilft es oft, einfach eine Leine dran zu machen. Jetzt wird es hier gerade ein bisschen wilder, sodass man dem Welpen ein Stück weit den Ort vorgeben kann, an dem er sich gerade aufhalten soll. Und dann würde ich auch immer mit dem Welpen an den gleichen Ort laufen. Es ist hier gerade was los. Die haben eben alle geschlafen, die sind jetzt wieder wach. Also immer an den gleichen Ort, immer an die gleiche Pippi-Stelle, sodass der Hund sich daran gewöhnen kann und das zum Ritual oder zu einem Ort wird, den er damit verknüpft, dann fällt das Ganze natürlich auch leichter. Wichtig sollte sein bei diesem Ort, dass er natürlich ziemlich nah bei ist, dass ihr nicht erst zehn Minuten spazieren gehen müsst, bis ihr da angekommen seid. Und es sollte auch ein ruhiger Ort sein. Also vielleicht nicht gerade an der Hauptstraße direkt das erste Grasstück, wo alle vorbeikommen, sondern vielleicht ein bisschen ruhiger, wo nicht so viel los ist oder nicht immer die Tür vom Nachbarn gegenüber aufgeht. Das kann schon helfen. Und dann könnt ihr euren Welpen natürlich loben, wenn er gemacht hat. Wichtig ist aber dabei, dass ihr bitte wartet, bis er fertig ist. Sonst ist es ganz oft, dass sie, sobald ihr anfangt zu loben, erstmal aufhören und sich schon freuen. Und das ist natürlich nichts in der Sache. Die sollen ja schon erstmal in Ruhe ihr Geschäft machen. So, wenn der Welpe jetzt mal gepillert hat in der Wohnung und das soll er nicht, dann könnt ihr natürlich nicht mehr strafen. Das kann er nicht verknüpfen, wenn ihr das später macht. Und es wäre auch nicht hilfreich zu strafen, denn es würde vielleicht sogar dazu führen, dass der Welpe dann beim nächsten Mal eben irgendwo hingeht, wo ihr das nicht mitbekommt aus Angst vor einer Strafe. Wenn der Welpe also gepillert hat in der Wohnung, dann macht es einfach kommentarlos weg. Man kann unter Umständen den Welpen, wenn ihr den erwischt, dass er gerade noch platt, vorsichtig hochnehmen. Oft hören sie dann kurz auf und dann kann man ihn mit nach draußen nehmen und dann dort wieder zu Ende pillern lassen. Ihr seht, die Welpen sind viel, viel, viel munterer. Hier geht es richtig zur Sache schon. Genau. Also haben wir schon gesagt, gut aufpassen. Nach bestimmten Sachen, die der Welpe macht, Nachtschlafen, Fressen, Spielen oder aufregende Situationen immer raus an einen ruhigen Ort und immer an den gleichen Ort und vielleicht mit der Leine, damit es einfach ein bisschen leichter ist, damit der Hund sich nicht von allem ablenken lässt und erst mal an diesem Ort bleiben muss. Und es kann durchaus ein bisschen dauern. Manche Hunde brauchen eine ganze Zeit. Manu Liv zum Beispiel, die hat am Anfang durchaus mal so vier, fünf Minuten gebraucht, bis sie Zeit hatte und alles einmal angeguckt hat und dann erst pillern konnte. Diese Zeit sollte man sich unbedingt auch nehmen und dem Hund ganz viel Zeit lassen und das eben ganz in Ruhe machen, dass er sich die Stelle aussuchen kann, wo er dann schlussendlich sich hinsetzt. Genau. Und dann schaut vielleicht, dass ihr nicht sofort danach wieder reingeht. Das könnte einen Fadenbeigeschmack haben. Draußen ist es schön. Draußen haben die Welpen in der Regel Spaß und erleben was Feines. Und wenn man sobald sie gepillert haben oder gemacht haben, wieder reingeht, kann es durchaus sein, dass sie das als unangenehm empfinden und mit den Pillern verknüpfen, dass danach der Spaß aufhört. Vielleicht hat man aber auch Zeit und kann einfach danach die Leine abmachen und den Welpen noch ein bisschen spielen lassen oder den Garten erkunden oder 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 sich was Nettes angucken gemeinsam auf der Straße. Das sind so ganz, ganz wichtige Punkte. Was ich wichtig finde zu wissen, ein Welpe, der extrem häufig in sehr kurzen Zeitabständen oder vielleicht durchaus nach einer ganzen Zeit noch mal sehr unkontrolliert Wasser lässt, der kann auch mal eine Blasenentzündung haben. Das hatten wir bei unserer Happy sehr, sehr oft am Anfang. Das war dann mit der ersten Läufigkeit vorbei. Das ist aber etwas, was man vielleicht dann auch einfach mal abklären lassen sollte, wenn einem auffällt, dass der Welpe mit einem Mal mehr pillert, als er das vorher gemacht hat. Hier hängt die an meinen Händen. Genau, das dazu. Und zum Schluss noch ganz wichtig für euch zu wissen, dass ein Welpe auch nicht von Anfang an seine Blase und den Schließmuskel bewusst kontrollieren kann. Das lernen die erst mit der Zeit. Es ist also völlig normal, dass die bis zum vierten Lebensmonat sowieso noch nicht stubenrein sind. Aber es ist auch völlig normal, wenn das danach noch einige Monate dauert, bis das völlig klappt und ganz ohne Unfälle ist. Kauft euch die richtigen Reinigungsmittel und das muss gar nicht groß irgendwas wie Essigreiniger sein oder so. Das ist häufig sogar eher, dass die Gerüche ein bisschen wie Urin sind, sodass es als Pipistelle noch hinterher gesehen werden könnte. Es ist aber wichtig, dass ihr ganz, ganz, ganz gut saubermacht hinterher, dass wirklich keine Reste bleiben, weil Hunde sich das einfach angewöhnen, dass da, wo man schon mal gepillert hat, dass das eine gute Pipistelle ist und da wird eben auch wieder gepillert. Genau, daher immer gut sauber machen und vielleicht am Anfang auch mal überlegen, ob man Teppiche oder irgendwas, was vielleicht als Klo dienen könnte und angesehen wird, wegräumt, sodass das gar nicht passieren kann. Das, was man vermeiden kann, sollte man natürlich vermeiden und dann eben das Allerwichtigste gut aufpassen und diese sofort danach Regel einhalten. So, jetzt hoffe ich, ihr habt die Infos, die ihr braucht und ihr kriegt euren Welpen schnell stubenrein. Passt halt einfach gut auf und lasst ihm aber auch die Zeit, die ihr braucht. Jeder Welpe ist da auch anders. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit eurem Welpen, falls ihr schon einen habt oder eine gute Wartezeit und viel Spaß, wenn er dann angekommen ist. Und ich würde jetzt hier noch ein bisschen kuscheln und mache euch gleich aber auch noch ein kleines Video, wie die hier durch den Auslauf spielen. Das kennt ihr ja schon, das machen wir immer. Und jetzt sage ich bis bald. Tschüss. Jetzt wollen sie wieder alle ans Mikro. Jetzt müssen wir erstmal ausmachen. Ich glaube, ja, das müssen wir erstmal rausschneiden hinterher. Jetzt zeige ich euch nochmal den schönen Auslauf. Im Ganzen. Die Welpen sind richtig, richtig munter mittlerweile. Und die Suri hat auch tatsächlich jetzt gar keinen Bock mehr auf Säugen. Das sieht man auch. Wenn sie das mal versuchen, dann sagt sie auch, dass sie das nicht mehr möchte oder geht. Hinten hat sich einer ins Häuschen. Und hier vorne ist übrigens der Bruder von Happy. Das ist der Haku. Der darf ja auch mit rein, weil der auch ganz, ganz lieb zu den Welpen ist. Und das ist das Schöne bei Luisa, dass das eben auch nicht so eine Trennung ist, dass nur die Mami zu den Welpen darf, sondern sie lässt auch immer die anderen Hunde aus ihrem Rudel mit dazu. Jetzt könnt ihr das sehen. Der ist echt lieb. Der erste, der da war, ist Haku. So, hier fliegt gerade ein Flugzeug oben drüber. Also Geräuschgewöhnung haben wir auch wieder schön dabei. Und die Mama Suri sagt auch mal gerade, es reicht. Jetzt kauen sie hier an meinem Handy rum. Und einer will irgendwas, was, glaube ich, keiner gerade weiß, außer er selber. Hier ist übrigens das Steinbecken, da kann man noch Wasser rein machen. Das ist ganz schön. Aber dafür ist es heute ein bisschen zu kalt. Haku schmeißt mich hier gerade um. So, damit verabschiede ich mich heute. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss! Tschüss.